6 Monate mit Baby – Lauren Conrad liebt ihr schlafloses Leben Lauren Conrad, 31, liebt es einfach, Mutter zu sein. Aus dem The Hills Party Girl von einst ist eine selbstbewusste Frau geworden, die nicht nur als Dessinerin erfolgreich ist, sondern seit dem 5. Juli 2017 auch Mama eines kleinen Sohnes. Diese Aufgabe bedeutet unglaublich viel, weshalb sie jetzt auch das 6-Monats-Jubiläum von Geburt feierte. Bei Instagram postete ein Foto von sich mit ihrem Söhnchen auf dem Arm. Aus dem zarten Säugling ist ein richtiger Wonne-Proppen gewonnen, der seine Mutter ordentlich auf Trab zu halten scheint. Doch genau das liebt die 31-Jährige so an ihrem Alltag. Zu dem Pic schrieb, vor 6 Monaten kam dieser kleine Schatz auf die Welt und machte mich zur Mama. Ich habe seitdem kaum noch geschlafen, aber ich fühle mich so gesegnet, dass dieser süße kleine Junge zu mir gehört. Schönen halben Geburtstag! Seit ihrem Ausstieg aus der Reality-Show im Jahr 2009 baute sich langsam aber sicher eine Karriere in der Fashion-Industrie auf. Zusätzlich ist sie erfolgreiche Buchautorin und führt einen eigenen Blog. Privat wurde sie mit dem Musiker William Tell, 37, glücklich, den sie im September 2014 heiratete. Knapp drei Jahre später machte ihr süßes Kind ihre Familie perfekt. Musik 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 e Musik Musik Bis zum nächsten Mal.